Ich hab die Wahl. Weltoffene Geschichte aus dem Hilfkreis. Seit 2007 werden in Arnstadt Stolpersteine verlegt. Sie sollen das Andenken an ehemalige jüdische Mitbürger aus den weit entfernten Gedenkstätten heraus in den lokalen Alltag zurückholen. Jörg Kapps recherchiert seit jeher zur jüdischen Geschichte in Arnstadt und hat mittlerweile weltweite Kontakte. Er möchte den Zahlen Namen geben. Mein Name ist Jörg Kapps aus Arnstadt. Ich bin Jugendpfleger hier in Arnstadt und seit 2007 der Beauftragte für das Projekt der Stolpersteine hier in Arnstadt. Im Dezember 2006 hat der Arnstatter Stadtrat den Beschluss gefasst, dass die Stadt Arnstadt sich an dem Projekt der Stolpersteine beteiligt. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich Mitglied in der Arbeitsgruppe Demokratie braucht Zivilcourage und habe mich in dieser Runde begreit erklärt, das zu übernehmen. Und nun seit 2007 bis heute dauert das Projekt fort und wird ihn, denke ich, die nächsten Jahre auch noch brauchen. Irgendwie bewegte mich das schon immer, also zum einen diese Geschichte. Aber ich muss auch gestehen, dass mir zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, wo mich der Weg also hinführen wird. Also was ich alles in dieser Zeit jetzt erlebt habe, Menschen, denen ich begegnet bin, ist sehr, für mich sehr, sehr prägend und bringt sehr, sehr viel. Wir befinden uns hier gerade vor der Thomas-Mann-Straße 15. Hier liegen die Stolpersteine für die Familie Ehrlich. Familie Ehrlich, eine sehr alte Familie, die über viele Jahre hier in Arnstadt lebte, auch ziemlich bedeutend war. Das Haus insofern ist auch noch sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang mit der Geschichte, dass wir also hier vor allem der Arnstatter Ghetto-Häuser stehen. Das bedeutet, dass das eins dieser Häuser ist, in dem die jüdischen Familien ab 1940 bis 1942, bis ihre Deportation zusammengezogen wurden und dann bis zum sehr nahegelegenen Arnstatter Bahnhof zurücklegen mussten, um dann deportiert zu werden. Ich denke, dass es ganz wichtig ist für die Menschen, nicht nur für die Jugendlichen, sondern für alle Leute, zu wissen, dass also Geschichte sich nicht nur irgendwo abgespielt hat, sondern immer hier auch vor Ort und ganz konkret eben hier in Arnstadt, in den Straßen von Arnstadt und zu unserer Geschichte gehören.